So, schönen guten Morgen miteinander. Die Lade ist abgeschlossen, 97% und wir fahren jetzt los. 5 Uhr am Morgen. Guten Morgen. Montagmorgen, 5 Uhr. Und es geht los auf Südfrankreich. Und der erste Halt ist der Supercharger in Büssini. Navigiere zum Supercharger Büssini. 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 Mit Büssini. Navigiere zum Supercharger Büssini. So findet er es. Hier müssen wir hin. Das ist der erste Zwischenhalt für Südfrankreich. Und wir sollten dort mit 10% ankommen. Wir sind gespannt, ob wir das schaffen. Und dann sehen wir uns spätestens dort wieder. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alles Grenzgebiete. Aber wir können einfach durchdäuseln. Das war Schweizer Zoll. Jetzt kommt auch der Französische Zoll. Und weil alle in den Ferien sind, ist keiner da. Jetzt sind es nur so Hindernisse, wo man fast nicht durchfahren kann. Ja, sag nichts. Das ist schön. Das ist ein Scheiss-Deckel. Tada! Bis zum ersten Mal. So, jetzt kommen wir wieder 110 vor. Jetzt kommen wir da. Hier rechts. Jetzt müssen wir uns ... Das kannst du dir merken. Jetzt sind wir zwei linken Spuren. Zwei linken Spuren. Zwei linken Spuren. Wenn man da zwei linken Spuren haben muss, dann fragen wir die rechts. Ja. Das Loch müssen. Ich meine, wieso nicht? Ich meine, sie möchtet dich auch in Paris, aber ... Ja, das ist auch schon in Paris. Ja, kann schon gelingen. Ja. 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 Was ist das jetzt da? Ja, ich kann hier. Ist gut angeschrieben. Ja. 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 Ich habe es noch nicht gesehen. Aber ja. 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 Sie sagte schön, dass die Silber EA sind sofort ganz unten hinterliegen. Ja. Ja, das ist das sogar angerufen. Sind wir hier im Hotel? Eine riesen Toffle mit einem Elektroauto drauf drauf. Oh nein! Nicht auf der Station! Es ist gut, ich nehme dich nach hinten. Jetzt musst du aber nicht nach hinten fahren. Nein, einen lasse ich aus. Ist das okay? Ich kriege mich schon bei denen auf. Wieso? Gewisse Leute suchen die Nähe, das ist extrem. Verdammt, ich lasse dich nach hinten. Ich frage mich einfach immer, warum die Leute genau nach hinten fahren. Gewisse suchen die Nähe und so. Es sind noch ein bisschen mehr. Lange zu. Schauen Sie mal. Gut. Wie haben die Formen jetzt noch ins Gesamte? Das ist ja kalt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiss es nicht. Ich habe keine Ahnung. 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 Hallo, hallo. Jetzt sind wir schon hier in Aire du Granier. In Frankreich. Am Supercharger. Am Laden. Mit 19% sind wir angekommen. Wir sind jetzt schon bei über 70 nach 10 Minuten. Eigentlich schon bereit zum weiterfahren. Kurzes WC, das Gipfel geholt. Feines Croissant. Und ja. Supercharger. Kann ich euch mal zeigen. Wie besetzt das hier ist. Wie übervoll das hier ist. Hier seht ihr jetzt. Übervoll. Alles besetzt. Wie immer. Also alles leer. V3 Supercharger. Mega schön da. Jetzt die Sonne gekommen. Frau und die Schiene im Auto. Die Tochter auch. Und da ist jetzt noch einer von Fribourg gefahren. Mit seinem Niggelnagel Neuen. Weil der hat schon so komische Geräusche gemacht. Hat irgendwie getönt wie ein Sufo, wo er hier in der Schiene parkiert ist. Und hat jetzt auch gleich eingesteckt. Ja. Coole Sache. Dann geht es jetzt weiter. Hier hat es noch andere Ladestationen. Riesengross hier. Parkplatz alles. Und das Coole ist die Tafel. Die Tafel, die angezeigt, dass da hinten die Elektro-Ladestationen sind. Ich weiss nicht, ob ihr es gesehen habt. Aber es ist einfach eine blaue Tafel. Und ein Elektro-Auto drauf. Ja. Dann geht es jetzt weiter. Ich weiss gar nicht recht, wohin. Ich weiss gar nicht recht, wohin. Du musst noch schauen nachher. Dann können wir eigentlich gleich gleich zusammenschauen. So, wo müssen wir als nächstes hin? Ich weiss es gar nicht. Vielleicht schauen bei mir. Was wir hier angegeben haben als nächstes. Irgendetwas. Ich bin jetzt richtig Nimm aber jetzt. Cistron. X au Provence. Auch nicht. Da. Valence. Balance. Balance klingt nicht schlecht. Nein, dann kommt Montelimach. Super, Schatz, du bist Montelimach. Montelimach? Montelimach. Ah, wir haben sie gerade Montelimach. 3.40m. Ah, wir könnten das schon vorher... Ah, Valence ist natürlich... Valence muss man mega nicht mehr runterfahren. Der ist gerade an der Bahn. Ja, Valence muss man wahrscheinlich irgendwo in die Stadt reinfahren, so wie es aussieht. Und welche Stadt? Ja, Valence. Aha. Und Montelimach ist gerade an der Autobahn, so wie es aussieht. Da brauchen wir auch wieder einen Zugangs-Gord. Okay. So ist sie jetzt wieder weggeumpelt. Scheiss, ich würde wirklich viel fahren. Hä? Komisch, jetzt hat... Montelimach, 4% sagt er. Geil. Ich kann nicht sein, weil hier halt nur auf 60%. Tesla rechnet immer sehr konservativ. Aber wenn man natürlich mit 137 km fährt die ganze Zeit, dann kann das schon sein, dass wir so viel brauchen. Warten wir noch ein paar Prozent und dann geht's los. So, Montelimach sind wir angekommen mit 16% eingesteckt. Und jetzt muss noch eine Läden. Das ist ziemlich voll. Und jetzt essen wir etwas. Hier? Da können wir gleich mitessen, Schutz. Haha, du hast gesagt, du hast noch keinen Hunger. Wir haben gesagt, wir fahren noch eins weiter. Du hast das gesagt, du. Ich war im Wettstädings. Hilf Sie! Mal schauen, wie weit es da geht. Es geht bis Nimes. 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 Ich weiss, aber es heisst Nimes. Es steht aber Nimes. Ja, dann heisst es Nimes. Aber es heisst Nimes. Es sind ja nur 100 km. Ja, es sind nur 100 km. Und dann sind wir dort. Und dann sind wir beim nächsten Supertort. 15 Minuten weiter. 15 Minuten bis zum Weiterfahren. 15 Minuten bis zum Weiterfahren. Es ist alles ein bisschen bewegt. Also, wir sind jetzt Supertort. Und wir machen jetzt gerade Pause. Wir sind jetzt, also wir gehen jetzt aufs WC. Und sind auch schon zusammen. Und... Und... Wir haben halt... Und... 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 Wir machen jetzt auch eine Pause. Es hat ganz viele Teslas. Es hat ganz viele Teslas. Und... 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 Wir haben jetzt hier auch gerade... Ähm... Brombeeren gegessen. Uuuuuk! Wir sind super spät. Da wollen sie viel, ja. So... Super Charger Montelimar sind wir angekommen. Schnell da aufs WC. Ah, die Maske habe ich noch. Ähm... Da kann man aufs WC. Alles sauber. Tipptoppi Sache. Und äh... Die Luna ist noch am Laden. Aber eigentlich schon fertig. Wir gehen jetzt noch weiter auf Nimm. Dort gehen wir noch ein bisschen laden. Und dann von dort ist es nicht mehr weit bis ins Hotel. Noch eine halbe Stunde. Da läuft immer etwas. Kommt immer rein, geht immer rein. Und äh... Ich würde sagen, wir sehen uns dann in Nimm wieder. Die Tante ist auch da. Ja. Die Luna ist noch am Laden. Und äh... Ja... Auf geht's! Dann können wir hier wieder stoppen. Entriegeln. Und dann geht es weiter auf Nimm. Jetzt sollten wir anfangen mit 26% in eineinhalb Stunden. Und dann wollen wir im Frühling. Und dann geht es hier so. Und dann sind wir hier so. Einen Bergpumpf. Und dann bist du mal und sein. Und dann geht es nicht mehr. Und dann geht es noch eineinhalb Stunden. Musik 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 So, jetzt sind wir hier am Supercharger in Nimes, schon bald ganz im Süden unten, das ist jetzt der letzte Halt für unser Ziel und wie ihr seht, da ist alles voll, also wo wir gekommen sind, ist schon alles voll gewesen, aber es ist wirklich gerade einer abgefahren und wir konnten gerade rein, das ist jetzt eigentlich der erste Halt, wo wirklich alles voll ist, Nimes, mitten in der Stadt, die nächste, also am Rand der Stadt, Nimes Hotel ist noch da, genau, das Hotel, ein bisschen versteckt da, hinter dem Hotel, und ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen warten, weil wir wollen eigentlich mit mehr oder weniger geladenem Auto dann dort ankommen, dass wir ready sind für den nächsten Trip und nicht gerade wieder laden gehen müssen, aber ja, Wir können sonst mal ins Auto schauen, hier hat es noch einen anderen Zürcher, mit dem weissen Model X, das Taxi ist auch noch da, zwei von Wattland, und sonst noch drei Franzosen. Und mein Auto geht ja nicht mehr auf, automatisch nicht mehr, und ich weiss nicht warum, es geht einfach nicht mehr automatisch auf, ich muss es immer aufdrücken, voll mühsam. Und dann können wir schon schauen, wie es aussieht da, ja, wir sind jetzt bei 64%, laden wir mit 60kw, es ist halt wirklich viel los da, ja, und in 25 Minuten sollten wir da schon bei 90% sein, aber wir laden gar nicht so viel, nachher geht es dann weiter, auch unser Ziel, und im Moment sollten wir schon mit 50% dort ankommen, wir schauen jetzt mal, ob wir jetzt direkt dort hinfahren, oh, da ist noch der Radio am Lauf, sorry, wir schauen jetzt, ob wir direkt dort hinfahren, oder ob wir vielleicht zuerst doch noch schnell ans Meer runterfahren und nachher zurück, und dann erst einchecken da, ja, bis jetzt eigentlich alles gut gelaufen soweit, Autopilot tipptopp, alle noch happy, und Stau haben wir nur einmal gehabt, jetzt sind wir dann aber aussen rumgefahren, über Land, tipptopp gewesen, nicht im Stau gestanden und ungefähr gleich lang kam, ja, das wäre es gewesen aus Nimes, 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 Nimes. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 So, hier geht bei meinem Lieblings-Einkaufsladen, Lidl, in Frankreich. Und hier hat es die Ladesäule. Ein bisschen kompliziert gewesen jetzt, zum Laufen zu kriegen, aber einer von hier hat uns geholfen. Ich muss alles im richtigen Ding, auf und zu und Kabel richtig und Stecker richtig und so. Aber jetzt laden sie da, gratis Strom. Die Luna laden. Wir sind bei 50% oder so. Ich laden jetzt hier ein bisschen rein, und ich geh jetzt schnell zu trinken. Im Lidl da vorne. Genau. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018